Angefangen bei der Mechanik, wo man handwerkliche Grundkenntnisse lernt, geht es weiter in die Montage. Hier lernt man unsere Geräte und Sensoren genauer kennen und hilft beim Zusammenbau. Auch elektrische Tätigkeiten, wie zum Beispiel Löten, werden dort ausgeübt. Eine weitere spannende Abteilung ist die Reparatur, wo man lernt, eigenständig unsere Geräte und Sensoren zu überprüfen und zu reparieren. Die Aufgaben dort sind sehr umfangreich und immer abwechslungsreich. In der Abteilung Betriebsmittelbau werden mehrere Projekte mit dem Ausbilder vorgenommen, wie zum Beispiel elektrische Schaltungen zu planen, entwerfen und umzusetzen. Sei Teil eines großen Ganzen. Bewähre dich jetzt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017